Gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, desto besser wird sie bezahlt. Die Zeit mag Wunden heilen, aber sie ist eine miserable Kosmetikerin. Ich habe nie zugelassen, dass meine Schulbildung mit meiner Bildung kollidiert. Es gibt kein sicheres Mittel festzustellen, ob man einen Menschen mag oder hasst, als mit ihm auf Reisen zu gehen. Trenne dich nicht von deinen Illusionen. Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben zu leben. Besorg dir ein Fahrrad. Wenn du lebst, wirst du es nicht bereuen. Wer glücklich ist, wird auch andere glücklich machen. Das Geheimnis des Erfolgs ist, anzufangen. Von allen Tieren ist der Mensch das Einzige, das grausam ist. Keines außer ihm fügt anderen Schmerz zum eigenen Vergnügen zu. Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können. Banken leihen dir nur Geld, wenn du beweisen kannst, dass du es nicht brauchst. Mit Kummer kann man allein fertig werden. Aber um sich aus vollem Herzen freuen zu können, muss man die Freude teilen. Für mich gibt es Wichtigeres im Leben als die Schule. Jeder ist ein Mond und hat eine dunkle Seite, die er niemandem zeigt. Halte dich fern von Menschen, die deine Träume kleinreden wollen. Kleine Menschen tun das immer. Große Menschen geben dir das Gefühl, dass auch du groß werden kannst. Mut ist der Widerstand gegen Angst. Beherrschung der Angst, nicht Abwesenheit von Angst. Tiere sind die besten Freunde. Sie stellen keine Fragen und kritisieren nicht. Wenn man die Wahrheit sagt, muss man sich an nichts erinnern. Ein Dutzend verlogener Komplimente ist leichter zu ertragen als ein einziger aufrichtiger Tadel. Kein Mensch kann sich ohne sein Einverständnis wohlfühlen. Immer, wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit, sich zu besinnen. Man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat. Aber man vergisst niemals, wo das Beil liegt. Eine Lüge ist bereits dreimal um die Erde gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht. Die beiden wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wirst, und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Diskutiere nie mit dummen Menschen. Sie werden dich auf ihr Niveau herabziehen und dich dann mit ihrer Erfahrung schlagen. Lasst uns so leben, dass es sogar dem Bestatter leid tut, wenn wir sterben müssen. Gott schuf den Krieg, damit die Amerikaner Geografie lernen. Wenn du einen verhungernden Hund aufliest und ihn gesund pflegst, wird er dich nicht beißen. Das ist der Hauptunterschied zwischen Hund und Mensch. Wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, wirst du jedes Problem als Nagel betrachten. Wenn sie die Zeitung nicht lesen, sind sie nicht informiert. Wenn sie die Zeitung lesen, sind sie falsch informiert.